Wir konnten ja dieses Jahr schon einige coole Community-Previews gemeinsam erleben und ich freue mich jetzt auch, dass ich ein ganz tolles, neues Projekt habe. Es ist total kurzfristig jetzt noch irgendwie reingekommen. Wir haben gemeinsam mit dem Verleih gekämpft, diesen Abend auf die Beine zu stellen und es wird der neue Film von Darren Aronofsky sein, Mother! Das ist so cool, das finde ich so geil, weil er ja wirklich so der König, der Arthouse-Blockbuster ist. Also dieses wahnsinnig anspruchsvolle, aber trotzdem eben durchaus für ein massentaugliches Publikum geeignet. Deswegen, ich freue mich. Der startet am 14.09. deutschlandweit in den Kinos. Vorher hat den irgendwie noch kein Mensch gesehen, aber ihr dann am 12.09. gemeinsam mit uns im Filmpalast in Köln. Das wird der absolute Hammer und gleich gibt es für euch natürlich auch noch den Trailer. Da seht ihr dann auch, was das für ein Cast ist. Puh, ihr werdet mit der Zunge schnalzen. Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer und Ed Harris. Das ist wirklich übermaßmäßig stark. Guck mal, da kriege ich schon gar nicht, wie sage ich das, wie sage ich das, dass das der Wahnsinn ist. Ja, es ist echt der absolute Hammer. Und dieses Mal habe ich aber eben dann nicht nur meine Wenigkeit auf der Bühne, sondern in dem Fall habe ich gesagt, das wird so ein krasser Abend, da hauen wir jetzt noch einen drauf. Gemeinsam mit Joyce Ilk und mit meinem ehemaligen Filmkanal. Ja, große Überraschung, gemeinsam mit Alper und Co. von der Filmfabrik werden wir euch diesen Abend nach Köln in einen wunderschönen, großen Saal bringen und mit euch hoffentlich einen mysteriösen und einen sehr, sehr spannenden Abend erleben, können danach auch noch diskutieren darüber. Das wird also wirklich super. Wichtig ist nur, dass ihr auf jeden Fall mindestens 16 Jahre alt seid, denn darunter geht nichts. Also auch nicht mit Erziehungsberechtigter, mit Elternschein, wie auch immer oder wie nennt man das, wenn man in die Disco geht und irgendwie so den Wisch von den Eltern braucht. Also genau den, der bringt nichts. Auch eine Begleitperson, alle Personen in diesem Kinosaal müssen mindestens 16 Jahre alt sein. So, das ist so das Einzige, was wichtig ist. Es gibt ein Gewinnspiel, wie immer in der Infobox, einfach draufklicken, teilnehmen, im besten Fall beim Newsletter anmelden. Dann bekommt ihr solche Infos sowieso immer auch direkt per Mail. Schaut da rein und wer noch ein bisschen skeptisch ist, wo ich direkt sagen kann, ey, zu Unrecht, meldet euch die anderen. Aber wer noch ein bisschen skeptisch ist, der bekommt von mir hinten dran nochmal den Trailer. Freue mich tierisch, wird ein großartiger Abend, sehr stolz drauf. Darren Aronofsky, Leute, das ist so geil. Wir sehen uns. Wir verbringen hier unsere gesamte Zeit. Ich will ein Paradies daraus machen. Sie hat alles restauriert, bis ins kleinste Detail. Sie hat dem ganzen Haus neues Leben eingehaucht. Bist du glücklich? Ich liebe dich. Bitte, nur herein. Hallo. Hallo. Er ist ein Fremder. Wollen wir ihn einfach so bei uns schlafen lassen? Ja? Hallo. Wusstest du, dass er eine Frau hat? Ja. Er hat Fotos von dir in seinen Sachen. Was hast du in ihren Sachen zu suchen? Was wollen die? Gott steh ihnen bei. Sie sind meinetwegen hergekommen. Komm, schnell! Du bist verrückt. Du bist verrückt. Ich hab nur versucht, ein bisschen Leben in dieses Haus zu bringen. Die Türen zu öffnen für neue Menschen, neue Ideen. Es tut mir sehr leid. Raus aus meinem Haus! Raus hier! Du gibst und du gibst und du gibst. Aber es ist nie genug. Aaaaaah!